das sind keine blaubeeren das sind oliven die versuche ich jetzt mal einzulegen die haben nämlich sehr viele bitterstoffe und man kann die so gar nicht genießen oliven man muss jetzt erst in wasser einlegen einige wochen und dann danach in salzwasser und dann muss man die im prinzip abschmecken ja wie sie einem munden und dann hat man leckere oliven das versuchen wir jetzt mal und wie ihr seht im hintergrund sind wir hier in kroatien und an einem wunderschönen hafen und werden mal versuchen an segelkurs zu machen ganz spontan wie wir sind und vielleicht gibt es in zukunft oder den nächsten tagen noch ein schönes segel video hier aus kroatien von uns bis bald